Tja! KTS, K4E... Was ist das denn alles? K4E ist gut. Das ist dasselbe Team von eben. Tja. Ja, ja. Äh, was wollte ich jetzt? Das wollte ich. Versucht ihr mal einzunehmen, ich versuche von hinten anzugreifen. Das klingt auch pervers. Wolltest du uns was zeigen, oder was? Ja, ich kann doch nur so viel Vitali. Ich auch. Habe ich auch. Guck mal, der Klugscheißer. Jippie! 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 Das Feuerwerk hat die ge... Hast du die noch? Juppie, komm her. Ja, die hab ich noch. Komm her, ich boxe dich. Geil! Wie viel hast du denn davon noch? Beide. Ach, die wollte sie für uns nehmen, das ist doch nett. Nein! Nein! Weißt du, der ist ja nicht weg. Nee, nee. Oh, jetzt lagst du aber hier. Ja. Kann ich nix für. Aber auch nicht zu stark. Hätte ich gedacht, du würdest mehr lacken. Lecken. Lacken. Whatever. Ach komm. Ach, ich hab ihn noch. Das geht doch gar nicht. Ich hab ihn getroffen und er hat immer nach 120 von 120. Das geht nicht. Ich hätt um GL dahinter. Ach man, jetzt ist mein Kloak weg, weil er mich so erschossen hat. Der Arsch. Ich hab Angst hier. Du bist alleine da, oder was? Ja. Ich komm jetzt mal zur A. Ich bin bei A. Ja. Ich weiß, wenn ich wohl da grad Granaten hinwerfe. Ich hab' den 1.000. Wo war er denn? Hä? Der hat unten angezeigt bei mir. Ich versuch mal hier an den Level zu snipern. Mit der S4D. Nee, mit der M200, so. den haben die denn als sniper krummern ja komm ist klar der da oben ist weg der sniper direkt hier unter ich hab dir mal hier weggemacht Hilfe ich hab diesen Rutscher gesehen ja ich bin hier ganz alu ich bin hier ganz alleine da kämpft noch einer rechts bei den Rohren jetzt von uns nein von den Gegnern was ein komischer Penis wasser Ich bin gut, ne? Boah. Ach, das stinkt, ich weiß. Ah, was mach ich denn? falsche Taste. Komm, Junge, Mann. Keine Granaten, sonst hätt ich... Ich geh weggebockt. Er ist noch gar nicht da. Ja, ich. Boah, Hitze. Kann ich auch. Ichkelein, ichkelein, ichkelein. Oh, links geht's ab. Beide von behind kommen, Mann. Boah, da steht noch einer. Bei B. A, B, keine Ahnung. Boah, ich bin hier runtergefallen. Wo steht noch einer? Ah, von da, Mann. Oben rechts. Ach komm, der hat nur einen Abschuss mehr als ich, der Inter M. Juhu, wir sind schon bei C, der noch nicht. Don, wo bist du? Ja, hier war doch noch was bei A, oder? Äh, B. Ja, halt da mal auf. Ich komm, ich rush jetzt einfach zu euch. Ich versuch's... Von hier ist es fertig. Ja, ich versuch's. Hä? Nicht mit mir mein Freund. So, schonmal nicht. Scheiße, komm ich da. Scheiße, ich komm da ja gar nicht. Ich muss ja die Treppen hoch. Ich will aber nicht. Ich hab rechts ist frei. Ja, nein, rechts ist gar nicht frei. Da steht einer, da kommt zwei nochmal hoch rechts. Ja, hier auch. Roman. Hat er nicht... Ich freue mich schon, wenn ich verteidigen muss. Ich werde die ganze Zeit hin und her laufen. Ob es so klappt wie ich will, weiß ich nicht. Also hier links wird schon auf mich geschossen. Ha. Also wenn du hochkommst, fass auf linke Seite. Ist jetzt ein Camper. Auch der muss irgendwann mal nachladen. Scheiße, war ein Idiot. Da oben rechts. Oben rechts. Oben rechts. Einer rechts oben. Einer unten. nicht mehr ja oben liegen zwei auf dem ganz hinten durch rechts oben fertig ein hab ich muss der andere ach komm wir haben jetzt zwei mann ihr feiglinger 14 8 ich bin mal gespannt was sie jetzt machen ich bin mal mal gruppenmäßig die sind alle auf mich zugekommen mann alle wo steht er denn da unten in der hause kann doch nicht sein ganz magazin auf den geschossen keinen töffel genommen wieso sind das so viele plötzlich jetzt will ich verarschen wo steht der denn Ja, ist klar. Dieser da, oh, krack. 0 zu 2. Ach, da liegt er, da rechts liegt er. Jetzt wieder einer bei B. Wieder einer bei B. Ja, wieder einer bei B. Oder einer bei B �. Gegenrufe. stal cumpliert. Stecker. Oh, da ist er, da ist er. Boah. Ach komm, man. Das sieht man auf dem Video, wie ich auf den draufgehalten habe. Aber ich muss sagen, es ist heute relativ wenig los im TS, oder? Ja. Oder es ist freitags immer. Es ist freitags eigentlich ziemlich ruhig. Ich war ja bis jetzt freitags noch nie. Es kann sein, dass wir halt alle auf Piste sind irgendwo, ne? Nachher alle strunzenvoll in den TS kommen. Soll vorkommen. Boah. Alter, das kann nicht wahr sein. Hinter mir sitzen drei Leute und der kommt von behind. Das ist ja unsichtbar, ne? Oh mein, Sack, würd ich sagen. Ja, scheiß. Kann man da E zünden hier? Hier ist alles voll bei A. Echt? Kommt die zur A? Ja, ja. Blitzt alles auf. Ne, ich hab ja E da. Ich seh ja was hier so. Juhu, come on! Feuer. Noo, noo!